Polizisten halten Atom-Transparent. Im Leben, die wenigstens mal was draufstand. Sieht auch schön aus. Es steht auch was Gutes drauf. Es geht ja auch um Ihren Nachkommen. Ich hab ja auch nicht, dass ich... Das hat älter geschrieben. Das ist hier sowieso klar. Wir wollen den Atomstrom weckern. Und den Inhalt. Wenn man das Gehirn einschaltet, schaltet man automatisch den Atomstrom ab. Okay. So ist es gemeint. Jetzt würde ich gerne wissen, worum es da geht. Aber ich hab ja einen Platz verweist. Und darf nicht hier weg. Und da hinten ist die Demo. Und da kann ich jetzt nicht mitmachen. Und wenn ich doch dahin gehe, dann werde ich verhaftet. Ja, ich würde ganz gut aufhören. Oo. Okay. Musik So, okay. You'll have to beher. Wie, unser Platz. Und jetzt ist es so schön. Wie, unser Platz. Kannst du mich? Vielen Dank.